Welche Farben bevorzugen? Rot oder Grün? Rot ist für Deutschschweizer und Grün ist für die Mälscher. Ich bin zwar für die zweussprachige. Rot und Grün gefällt mir besser. Gefällt mir sehr gut, aber Rot ist trotzdem meine Lieblingsfarbe. Ich bin stolz, weil die BA Vereinigt Stadt und Land alle Kreise im Kanton Bern. Es ist auch ein gutes Zusängenschild. Ich bin am liebsten in diesen Hallen und in diesen Ausstellungen, wo lebende Tiere, die vielfältigen Tiere, schöne Tiere, wahnsinnig schöne Tiere, die Bauern geben sich Mühe. Kühe, die dort ausgestellt sind, könnte man meinen, die kommen gleich aus der Waschküche. Die sind so blitzblank sauber. Herr Stöckli, wie seriös ist die Arbeit? Ja, schau doch mal. Ich wusste gar nicht, dass sie so seriös aussieht. Ich bin immer noch der Lusbuck. Ich bin immer noch der Lusbuck Andrews Pit Gaskor. Ich bin immer noch der Lusbuck. Ich bin immer noch nicht so z relationship. Warum muss ich den Gaskord? Ich bin immer noch ein paar einzige Bauer benutzen.